Hallo zusammen. Das Vertrauen der amerikanischen Bürger in ihre eigenen Streitkräfte ist im Jahr 2022 schockierend auf 48% gefallen, von 70% im Jahr 2018. Wir berichten diese Informationen unter Berufung auf eine soziologische Umfrage des Ronald-Dreagan-Instituts. Wir sagen in unserer Geschichte des Fernsehsenders Fox News, dass das Pentagon ein ernstes Problem mit der Rekrutierung von Personal hatte. Wir glauben, dass dies zum Teil daran liegen könnte, dass viele Amerikaner den Glauben an das Militär verlieren, und diesen Trend beunruhigend nennen. Vor diesem Hintergrund berichten einige US-Offiziere von der Verwundbarkeit der US-Armee. 62% der Amerikaner haben sich aufgrund einer zu politisierten Führung gegenüber den Streitkräften verschlechtert, laut einer Sozialumfrage waren auch progressive Praktiken davon betroffen. Außerdem berichten wir, dass nur 6% der Amerikaner einen starken Wunsch geäußert haben, in der Armee zu dienen. Im August schrieb Blomberg, dass die US-Streitkräfte einem Personalmangel ausgesetzt seien. Laut Blomberg fehlen dem Militär derzeit etwa 150.000 Rekruten, um das festgelegte Ziel zu erreichen, 1,3 Millionen Soldaten. Ich bin Tucker Carlson, gewichtet und fair. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakers, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.